Ich pflanze den ab, nicht pflanzen den ab. Ich pflanze meine Bäume immer ab. Dreimal noch voll, ja, schief ins Wurm, jetzt wird gesetzt, weil ich ab und an zwischen 1.1 und 1.23 switche. Weil ich da ein bisschen was immer rumprobiere und ein paar andere Sachen noch in 1.1 mache. Wegen Shadern und sowas, bla, das kennt man ja. Soweit ich das weiß, gibt's das nämlich immer noch nicht für 1.23, zumindest nicht, soweit ich das weiß. Und ich weiß nicht viel. So, kipp mal hier ein bisschen Seat her, dann kann ich mich noch einen hinpflanzen, wie geht's? Komm schon, komm, sei sozial, bitte. Nein, ist okay, dann nicht. Nein, ist ja der asoziale Baum, hm? Hm, asozial, ein asozialer Baum, hier gibt's Mobbing. Dankeschön. So, doch, viel Spaß. Gehen wir jetzt mal wieder rein, weil ich hoffe, es können okay, wieder geniegt zu werden. Und dann pennen wir mal wieder. Ich, ach, ich brauche mich hier bei euch. Ich muss ja echt eine Pressureplate haben, aber... Da muss ich gleich mal gucken, wie ich das mache. So, äh, zu. Und gute Nacht. Ich, äh, wünsche euch keine Wunderschöne... Äh, äh, müde. Oh, bin schon wieder wach. Oh Gott. Ging das wieder schnell. Zack. Gut, nichts los. Ähm, ich wollte... Stimmt, ähm, wir haben ja noch Half-Slaps, oder? Genau, wir haben noch Half-Slaps, sehe ich auch so. Ach da, oh, nein, sogar noch. Ne, das sind Pflastersteine-Half-Slaps. Die will ich schon nicht. Äh, daraus will ich wirklich kurz machen. Weil, ich will eine Pressureplate haben. Und dann muss ich da vorne das höher setzen. So, die Wolle rausnehmen, weil das Schwachsinn. So. Kann man auf Half-Slaps Pressureplate setzen? Ich bin mir nicht sicher. Ups. Brauche ich mir kurz noch eine Pressureplate ein. Geht die da drauf? Tatsache. Ähm. Hä? Äh, muss ich die Tür nochmal rausbauen, oder was? Ob es ausschaut, schon, ne? Ah, jetzt geht's gut. Boah, verbockt. Jetzt geht's wieder. Ja, jetzt haben wir auch hier unsere Half-Slaps behalten, vom Boden her. Warte mal. Hier sind noch keine drin, ne? Müssen wir auch mal welche reinmachen. Also, sonst sieht das ja nicht aus. Ja, natürlich müsste jetzt hier noch eine rein. Ähm, wir haben noch ein paar Steine. Ein paar. Jetzt falsch. So, so, so. Und zack, zack, zack. So. Hätten wir das auch. Machen wir uns denen jetzt mal kurz noch ein paar Stonebricks. Steinsiegel, so nennen sie sich ja in der deutschen Version. Ich bin aber immer noch auf die Englischen gepolt, obwohl ich es auf Deutsch spiele. Aber ich sag trotzdem die englischen Begriffe. Weil ich's kann. Because I can, yo. So. Jetzt kommt mal oben ein Creeper und da gibt's die Schwung. Schöner Selbstverdattentäter, ja. Ah ja, das sind die Creeper. So, ich denke, das würde dann noch schon reichen. Dann mach ich hier drunter drum dann Glas. Und, jo. Dann hol ich mir mal kurz ein Eisen. Da brauchen wir uns eben mal kurz eine Schuppe. Um zu unserem frisch gewonnenen Holz was bekommen haben. Ja, das ist der Ofen. Das ist die Werkebank. Nein. Da soll noch ein Stick rein, ja. Dorn. Da brauchen wir die Eise. Dorn oder Eisen. Ups. So. Dann holen wir uns mal kurz etwa Sand. Kommt, jo. Perfekt. Und wieder abtauchen. Und schön hab ich das gemacht. Ja, ich bin Perlentaucher von Beruf. Merkt man vielleicht nicht an, aber, ähm, natürlich. Das mach ich berufstätig. Bin ich, äh, Perlentaucher? Bilde auch Perlentaucher-Kurse aus. Ja, Perlentaucher-Kurse bild ich auch aus, klar. Immer. So viel Clay, meine Fresse. Ist das heftig. Das war früher, ja, das ist einer der rastend Rohstoffe. Das ist mittlerweile überhaupt nicht mehr der Fall. Ihr seht, wir haben ja hier um uns herum Clay ohne Ende. Komm schon. Erstmal alles abbauen, dann einsammeln. Weil dann ist das Inventar schön voll. Schon wieder keine Luft mehr. Mein Gott, gibt's nicht so einen Taucheranzug für das Spiel? Ja, ich weiß, es gibt Mods dafür, aber ich will keinen Mod dafür reinkloppen extra. Oh, das tut jetzt weh. Autsch. Jupp, das hat gesessen. So, wieder ein bisschen was abbauen. Und dann nimmt ich auch direkt mit. Wie viel Clay wir einfach mal nur haben. Das ist so ekelhaft. Im positiven Sinne zwar, aber trotzdem. Oh, die sind nicht in ihr Kopfhörer. Die sind echt Bomben. Die merkst du, kein Stück mehr nachher Zeit. Das ist beim Headset ja nicht der Fall. Das drückt ja nachher Zeit immer nochmal. Und es tut wieder weh. Autsch. 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 Weil wir regeln ja unser Leben gerade nicht mehr, weil wir Essen nicht voll haben. Aber das ist ja nicht so schlimm. Das ist ja nicht so schlimm. Ich erkläre einfach mal kurz. Dem wollen wir mal kurz was futtern. So. Kurz mal Sand abbauen. Dass wir so 20 Sand haben, das sollte dann auch reichen, um genug Blöcke zu machen. Für den Rand. So. So. Perfekt. So, dann gehen wir... Oh, komm jetzt hoch. Krieg einen hoch, Alter. So, dann gehen wir jetzt mal hoch. Bauen, machen den Sand zu Glas. Mal unseren... Ach, hier ist ja noch unser Schweinchen. Ja, ja. Ich nehme mich gerne mit. Den nehme ich mal kurz da weg, weil ich glaube, der wächst da nicht. Äh... Na, wir haben keine Kohle mehr für den Kleid. Das ist ja krass. Hier auch nicht. Ich kenne Kohle, wir haben ja noch Kohle, oder? Klar, wir haben noch Kohle. So, eine Hälfte kommt hier rein für den Kleid. Die andere Hälfte hier rein für den Stein. Ja, mal kurz aufwählen, dass wir mal wieder zu Stonebricks machen. Und wenn der fertig ist... Ist... Ach, komm, leck mich. Äh, tun wir jetzt mal ganz kurz den Sand da rein. Und machen kurz mal da draußen die Stonebricks noch fertig. Aber erst mal fresse ich mir noch ein paar Melonen. Ja, ein paar Meloni. So, haben wir auch wieder... Fress es, danke. So. Machen wir auch wieder ein paar Melonen-Intos. Aber da unten mit dieser, äh, Gruff... Oder dieser... Ach, ähm... Einer hat einen Namen dafür gesagt, aber ich hab den wieder vergessen. Ähm... Ja, ja. Kurzer Gedächtnis. Nein, äh... Damit machen wir auch noch irgendwas. Warte, wie breit ist denn das? Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht... Ne, gut, passt nicht. Ich... Ich will gucken, ob ich's vielleicht noch einen länger machen, aber dafür hab ich jetzt nicht genug Stainer. Jo, dann gucken wir mal, ob ich das ausstehen würde, wenn ich das hier so mache. Ja, doch, kann man anbieten. Und wenn jetzt die Zolle drauf platzierbar sind... Was die sind, geil. Ja, dann sieht das doch, find ich, recht in Ordnung aus. Das kann man doch mit leben. Muss ich halt nur nach oben noch absichern, weil, äh, sonst ist das ziemlich lebensmüde. Und vielleicht hier noch eine Tür reinsetzen. Du, 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 du. Mal gucken, ob das auch geht, dass die sich vielleicht mit dem Glas verbindet. Nein, tut's nicht. Das ist schön, das sieht scheiße aus. Verdammt. Ha. Muss ich hier vielleicht außenrum kurz Glasblöcke setzen? Also hier, hier, hier. Damit das bisschen nach was aussieht, weil sonst sieht das ja scheiße aus, wenn das sich nicht verbindet als mit. Gucken wir doch mal kurz. Jetzt will ich hier das hin. Kommt hier ein Glasbock drüber. Sieht jetzt auch nicht so bumm aus, wenn ich gesagt... Hm, nein. Vielleicht. Ich weiß, jetzt glasabend, dunkel, aber mir egal. Da kommt das auch noch weg. Vielleicht eher so. Dann müssen wir aber hier... Warte. Zack, zack, zack. Scheiße. Oh Gott, das war knapp. Boah. Hui. Ich glaub, die Tür muss eins weiter nach links, wenn's gut aussehen soll. Jetzt können wir mal wieder außenrum rennen. Oh Gott. Können wir natürlich jetzt auch einfach hier hochstecken und kurz den Boden wegnehmen. Das mach ich jetzt auch kurz, weil ich hab jetzt keinen Bock, außenrum zu rennen. Und da sind wir da oben. So. Ähm. Ich glaub, die Tür muss dann allen weiter nach hier. Damit das aussieht. Deswegen kloppen wir die nochmal kurz raus. Ich glaub, die falsche Werkzeug, auch egal. So. Und das Holz hier nochmal weg. Das auch nochmal. Wenn wir die einen weiter nach hier setzen, dann sieht das, glaub ich, ein bisschen besser aus mit dem Holzrahmen. Oder ein bisschen mehr mittig. Das können wir natürlich auch machen. Wenn die mittig ist, dann sieht das vielleicht auch gut aus mit dem Holzrahmen. Aber... Ja, ich brauch mehr Glaspanels eigentlich. Das Problem. Aber naja. Man kann nicht alles haben. Wollte ich die Tür jetzt hinhaben. Wichtig mittig setzen. Oder eher hier hin. Dass wir hier holten. Ich glaub, ich setze die eher mittig. Weißt du das? Mittig hat die doch vielleicht schon ein bisschen was Besseres. Weil es so mittig ist. Warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Dann ist es noch bei sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, hier. Zack. Ob hier außen Holz hin. Ach ja, genau da hin. So. Dann käme hier überall wieder Glas hin. Wenn ich es jetzt richtig verstehe. Ja, so müsste es sein, ne? Kurzes Glas noch außen rumpacken. Bereit ein Stück haben wir. Wenn wir noch was übrig haben, können wir noch so ein Glas-Meld machen. Aber das ist eher nicht der Fall. Eigentlich sehe ich immer, dass wir gerade zu wenig Glas haben, ne? Ja. Wir haben zu wenig. Zwei zu wenig. Schade. Wie sieht das denn aus? Ja, doch. Das sieht doch ganz in Ordnung aus. Finde ich jetzt so. Also man kann es anbieten, ne? Das hier irgendwie... Na, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich komme auf jeden Fall. Kabel... Kabelstone reden. So. Und ich denke mal, jetzt gehen wir noch einmal kurz schlafen. Und dann mache ich jetzt mal wieder Schluss vor heute. Und ja, ne? So. Damit denke ich mal, sehen wir uns beim nächsten Mal von Netflix. Mein Kopf wieder. Ich bin einfach nur 5. Haut rein. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch. Da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.